Hallo liebe Zuschauer willkommen zurück zu Europa Bolivisales 5 hier auf dem Kanal von WritingBull. Mein Name ist Zakor und wir haben mit erschreckenden Augen, erschrockenen Augen feststellen müssen, dass das gerade konvertierte Konstantinopel von Rebellen besetzt wurde und alle Katholiken schon wieder niedergemetzelt wurden und es sind nur die Sunniten übrig geblieben. Was haben die Johanniter dazu zu sagen? Ja, unsere Armee war gerade im Westen stationiert. Ja genau, wir mussten den Heiligen Vater helfen. Heißt das jetzt ein Rachefelszug gegen den Osmanen oder so? Also ich würde jetzt viel lieber die Frage stellen, habt ihr gerade den Heiligen Vater beschuldigt? Das ist er da? Nein, die Venezianer. Weil die nicht aufgeben wollten, obwohl der Krieg zwecklos war. Ja, wir sind uns da auch nicht so ganz sicher im Heiligen Stuhl. Aber wir sind bereit, den Rittern zu vergeben. Können sie uns denn jetzt endlich sagen, wie wir des Problems habhaft werden wollen? Wir erobern Konstantinopel zurück und vertreiben die Sunniten wieder. Sind die denn überhaupt gerade? Die sind tot. Dann ist Gottes Werk ja schon getan. Gott hat sich regeln lassen und hat die verrenkt. Ich hatte gerade ziemliche Rückkopplung. Ich habe das Gefühl, Gott spricht in mehreren Wegen sonst. Ja, das war eindeutig Gott. Hätte der Kurfürst aus Sachsen Zeit für eine Audienz in Lübeck? Aber selbstverständlich. Ja, Sachsen hat ja wieder seine Armee. Wir Piraten haben nun auch auf der Landkarte markiert, was für uns interessante Provinzen sind. Ich habe noch kein Kreuz gefunden. Ist eigentlich den Kurfürsten schon aufgefallen, dass bei einer erneuten Wahl der Bayer ganz viele Verwandte finden würde, die für ihn stimmen? Also, mir ist das gerade aufgefallen. Und Sachsen stimmt auch mit. Für Bayern. Lothring stimmt dagegen. Warum denn? Aus Prinzip. Nun, der Herrscher, äh, der Kaiser ist erst 16 Jahre alt, also darf man hier nichts überstürzen. Na, da kann immer mal was passieren. Oh, wir haben den Räumen vergessen. Oh ja, der hat keinen Nachfolger. Ich verzweifle, dass es... dass wir das Glück haben werden. Wenn ich den Johannitern mal einen Tipp geben dürfte, äh, die Flotte auf zwei Transportschiffe zu erweitern, würde, glaube ich, viel Zeit sparen. Wir brauchen sogar schon zwei Transportschiffe. Ich könnte euch sieben verkaufen. Wir handeln nicht mit Piraten. Ihr seid selber Piraten! Nein, wir sind Ritter. Und was macht ihr? Ihr plündert Küsten. Nein. Wir befreien die Christen an den Küsten und, ähm, die geben uns zu Dank, ähm, Geschenke, damit wir gegen die Sunniten kämpfen können. Nun, ihr könnt es umschreiben, wie ihr es wollt. Ihr seid genau das Gleiche, was wir sind. Nur tragen die das öffentlich. Ich stimme dieser Aussage nicht zu. Aber... Der Schizophrenen-Land hat mal Sendepause. Moment. Das will ich schriftlich. Lass mich doch hier nicht einfach ohne Beweis beleidigen. Ich danke euch. Darf ich kurz den Handel-Leiter-Gespräch? Der ist nicht da. Aber er ist gerade abhanden. Oh, oh, oh. Österreich hat uns den Krieg erklärt. Nein. So, wir dachten, den Volkswirtschafts-Glauben wäre das Problem. Reformation. Was ist denn hier los? Das Land Österreich ruft uns in den Krieg? Ja, mich auch. Wo, wo, wo? Ja. In Münster. Nee. Daneben. Klebe. Nein, unser Thronfolger ist schlecht. In Klebe. Also, ihr könnt nicht gegen den Kaiser kämpfen. Tut mir leid, Bayern. Auch weil ich gegen den Papst. Ich denke, der Österreicher hat was an der Wahl auszusetzen. Ich auch. Ich glaube, das ist ein gottes-göttliches Zeichen. Tut mir leid, Bayern, aber das schaffe ich nicht. Wieder an der Seite des Savoyens marschiert. Wachsen, Lübeck marschiert auch. Jetzt hätt ich mir vielleicht sagen sollen, bevor ich abgelehnt habe. Ja. Ich habe euch ein paar Monate Zeit gegeben. Also, wir sind, äh, bereit, bezahlt zu werden. Für was? Das ist egal. Wir können euch für ein Bündnis bezahlen. Ähm, ja. Ja, ist eine gute Idee. Wie positioniert sich denn der Papst? Der ist ja jetzt mit in den Krieg reingezogen worden. Nun, wie viel würdet ihr euch denn für ein Bündnis wünschen? Kaiser. Wir hören aber durchaus auf, äh, Argumente aus Bayern. Bisher haben wir da noch nichts gehört. Nein, wir auch nicht. Wir haben mitgeholfen und sehr viele Männer im Osmanenkrieg verloren. Dann haben wir, ähm, natürlich Böhmen, da die Heretiker besiegt. Ihre Hauptstadt immerhin eingenommen. Also, die Savoyanische Armee sieht keinen Grund, ihren Marsch nach Bayern abzubrechen. Was hat denn eigentlich der... Die wäre bis mit 100 Dukaten, Bertha. Das ist doch mal ein, äh... Ich meine, wir reden mit dem Papststadt, nicht mit einem... Nein, dann marschieren wir weiter. Was sagt denn eigentlich der Bergische Herzog dazu, was dort bei seinen Vasallen geschieht, an Heresie? Ja, das ist natürlich unerheulich. Also, wir werden, äh, in Kürze den, den, äh, den Graf von Kleve werden wir absetzen. Wir werden sein Territorium beschlagnahmen und, äh, den Namen der katholischen Kirche wieder in den Schoß des Papstes führen. Ja, sehr vernünftig. Inzwischen wurde schon Osnabrück konvertiert und hat auch direkt auf den protestantischen Glauben gewechselt. Könnt ihr Kleve denn zu einer Rückkehr in den Schoß der heiligen Kirche bewegen, also den Herrscher wieder zum katholischen Glauben? Der Herrscher ist katholisch, die Bauern sind nur auf. Ach, die Bauern nur. Ah, okay. Ja, das ist nichts Wichtiges. In Kürze werden wir das erregeln. Ich glaube, dass es keine wichtige Sache ist, aber nur irgendwelche Bauern, die irgendwelche kurzen Sachen ausprobieren. Ich würde mich nicht darauf fokussieren. Viel wichtiger ist, ähm, für wie viel das Bündnis verkauft wird an Rügen und wir sagen, nur 500 Dukaten müssen euer Freund. Ist mir zu teuer. Die Savoyanische Armee hat jetzt mit der Belagerung Münchens begonnen, weil sie immer noch keinen Anreiz gefunden hat, um das nicht zu machen. Wenn die Savoyanische Armee genauso kämpft wie die Mailer, dann müssen wir nichts fürchten. Na, und dann machen wir weiter. Die Eonite-Orden kann verkünden, dass sie Konstantinopel erfolgreich geplündert haben. Das macht die Kreuzfahrer auch, wenn sie ihn selbst gehört. Ja, wir haben... Jetzt überlegt sich der Papst nochmal, ob das so eine gute Entscheidung war, es an die Eonite-Orden zu gehen. Der Herrscher aus Firen ist geflohen. Ja. Ja, wir haben Sunniten gesehen und dachten, ja, wir können die plündern. Aber wir haben natürlich harte Maßnahmen gemacht, damit sich das nicht vollkommen verbrannt wird. Glaubt ihr, werdet ihr diese Schlacht in Prag gewinnen, mein Herr? Hm, wir sind Kmäher. Die Kmäher. Die Rot-Kmäher. Habt ihr keine Angst vor der österreichischen Moral? Keine Moral ist so hoch wie die lübeckische. Ah, natürlich. Also, sag Gott Prag Fall, das ist ungünstig. Übrigens würden wir mit unseren Freunden aus Österreich niemals echten Krieg führen. Das sind nur Übungen. Ach so, natürlich. Dann sag das bitte bald den lübeckischen Soldaten, die sterben. Nein, sie tun nur so, als würden sie sterben. Wir simulieren alles sehr gut nach. Ja, die Truppen, die gerade eure Hauptstadt niederbrennen. Ja, wie gesagt, wir simulieren alles sehr gut nach. Das sind Brandschutzmaßnahmen. Versucht der Bayer denn wieder über sein anscheinend etwas verstreutes Heer, dass sein Befehl nicht mehr ganz synchron... Ah, ich sehe schon. Er versucht wieder Herrscher zu erlangen. Ist das nicht interessant, wie schnell der Kirchenstaat Savoyen zusammenarbeitet? Das war doch nie anders. Der Kaiser hat gerufen und wie... Ich weiß gar nicht, wer das sagte, aber irgendwer sagte ganz richtig, dass Bayern noch nicht mit der Bekehrung der kätzerischen Provinzen begonnen hat. Eventuell war das Sachsen, aber das haben wir nicht ganz gehört. Das war aus verwaltungstechnischen Gründen noch nicht möglich. Und was wir schon alles für den katholischen Glauben getan haben, ist, dass es wirklich... Also, werter Papst, ihr seid doch vernünftig, oder? Ihr habt absolut recht. Ihr wart ein, wenn noch zögerlicher, aber dennoch ein Teilnehmer im Kreuzzug. Und dass sie euch hoch angerechnet werden. Deswegen ziehen wir uns sofort zurück, wenn wir einen Missionar in einer der kätzerischen Provinzen sehen. Also, wenn er da wieder geht? Also, mit Augen Lothrings ist das hier... Das hier ist die Stichwahl zwischen Bayern und Österreich für den nächsten Kaiser. Ich trug auf Stichwahl. Ach so, okay, dann zieht sich Lübeck hier raus wieder zurück. Sehr gut, sehr gut. Und gegen ein kleines Entgelt können wir natürlich unsere Aussage revidieren. Nein, nein, oh Gott, nein, noch mehr. Ich habe das Gefühl, ihr hättet Lübeck nicht entsagen sollen. Das war gar keine... Habt ihr wirklich kein Problem. Also, diese kleine Trainingseinheit war keine Absicht. Warum trainiert ihr denn im Krieg? Also, der Savoyanische General meldet, die Feuerwehr Münchens ist sehr kompetent. Sie hat schon einige Feuer gelöscht. Wer legt denn die Feuer die ganze Zeit? Ja, das ist eine Übung. Wir simulieren einen Großbrand. Und... Sie haben schon drei Häuser gelöscht, tatsächlich. Wir hätten nicht erwartet, dass sie überhaupt eines löschen. Dabei haben die Savoyanen noch so gut ausgelöscht, immer. Ja. Wir sind unsere Herrscher, irgendwelche Rebellen. Wir sind die Löschmeister. Die Savoyanen kontrollieren mehr Land in Bayern, als es Österreich tut. Wir haben jetzt das Feuerwehrhaus angezündet. Das könnte interessanter sein. Mein Spiel ist abgestürzt. Warum seid ihr überhaupt gegen uns? Ja, der Kaiser hat gerufen. Und es kam kein Anreiz, das nicht zu machen. Wer ist da gerade rausgeflogen? In der Piratenrepublik haben wir uns nun dazu entschieden, wir werden ab jetzt den fähigsten Admiral zum Herrscher ein nennen. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Dann würde irgendjemand kompetentes euer Land führen, vielleicht. Und wie findet man raus, wer der fähigste Admiral ist? Der, der schwimmen kann. Der, der am längsten besaufen kann. Der, man lässt sich über die Planke gehen, ne? Man schickt die gesamte Flotte auf See und das letzte Schiff, was doch wirkt. Ich, ich. Genau, eine Weltumsegelung, das wäre doch. Habe ich General gesagt oder habe ich Admiral gesagt? Direkt, direkt losschicken, Weltumsegelung. Also ich sehe alles. Der mit der längsten, der mit der längsten Planke wird der neue Käpt'n. Ähm, Lübeck möchtet ihr dann wieder in Richtung Prag kommen? Mhm. Und Sachsen würdet ihr Kondotere verkaufen für zwei Dukaten im Monat? Ähm, wir haben momentan eher ein Problem mit unseren Männern. Ähm, wir haben schon immer noch Söldner angeheuert, für die Falle, dass gleich Rebellen kommen. Also Lothringen, äh, verkauft für drei Dukaten. Ich würde ungern meine Söldner noch nicht weiterverkaufen. Also wir haben ein Defizit derzeit von zwölf Dukaten. Ja, dann machen drei den Kohl auch nicht fett. Und der General, den die Lothringer damit anbieten, oh. Ja, die Lothringer, die können was. Gekauft, Lothringen. Gerte Bayer, ihr müsst doch, das ist gegen den Kaiser und die Hanse hat so gut überlebt, weil sie sich eben nicht mit dem Kaiser angelegt hat. Warum seid ihr nur den Krieg trennen? Weil wir uns dann verbündet nicht im Stich lassen im Gegensatz zu euch. Guter Punkt. Ja, der Kongster, Boyan. Ich habe nicht gesagt, dass es sehr schlau ist, was ihr getan habt. Aber ein guter Punkt. Nehmt eure 5 Dukaten. Die Brandsatzsätze wurden leider nicht mehr entfernt. Da verbliegt keine Zeit. Die Brandsätze. Wer waren denn die Brandsätze? Das wäre doch jetzt interessant. Ihr habt doch da eine Untersuchungskommission vor Ort. Ja, wir sind zum Schluss gekommen, dass man das Feuerwehrhaus brennt. Und die Feuerwehr stark nachlässt. Erstaunlich. Solange wenn ich das Wasser anzündet. Dann wurdest du Feuerwasser. Hat die Feuerwehr zu viel Feuerwasser. Der Tessavoyadische Herrscher kann jetzt zwar lesen und schreiben, aber dafür weiß er nicht, welchen Effekt Wasser auf Feuer hat. Scheint mir so. Mein lieber Bayer, ich könnte euch nicht mal Kolonteri verkaufen, wenn ich es wollte. Okay. Lothring, wie gesagt, gekauft. Aber das ist dasselbe Problem. Was, kann Lothring nicht liefern? Das ist ja peinlich. Nein, Bayern kann nicht bezahlen. Verkauft sie an Lübeck und Bayern schickt uns das Geld. Ja, das geht dann unterwegs bestimmt nichts verloren. Bei Lübeck gibt es Lieferengpässe. Das ist okay. Aber ich habe wirklich viel Männer. Sieben Dukaten im Monat für sieben Männer? Nein. Ich dachte, das wäre fair. Es klingt halt sieben Männer, sieben Dukaten ist doch gar nicht. Ja, klingt einleuchten, muss man sagen. Wir haben gerade eben die Hauptstadt von Mainz wieder befreit. Ich kann euch auch, wenn ihr drei Dukaten zahlbar seid und nur drei Soldaten verkauft, dann ist das halt nicht so viel. Mal sind geschlossen, integrieren jetzt Genf. Das ist besser, als es autonom nebenher leben zu lassen. Gute Begründung. Ihr müsstet Memmingen dazu bringen, aus dem Krieg auszutreten, wenn ihr Lothringer Soldaten auf eurer Seite haben wollt. Ich denke, das kriegt ihr hin, ne? Ist ja nicht so schwer. Äh, mal sehen. Werter Bayer, wenn eure Armee eh schon in der Gegend umsteht und nichts tut, könnten sie doch auch dabei belagern. Ja, ich möchte hier die Österreicher abhalten, dass sie Prag einnehmen. Indem ihr zwei Provinzen davon entfernt steht und sie beleidigt? Das steht eigentlich in Dresden, das wollte ich nicht. Nein, in dem wir auf euch warten werden, Lübecker. Aber... Ja, die fressen die Kornlager in Dresden, ja. Hallo, das ist teuer hier zu stehen. Was wollt ihr hier? Die wichtige Frage ist, wie viele Lübecker kommen werden. Äh, ist das... Heißt das, ihr verratet uns? Das ist so. Übrigens, gratulierend zur Gründung des Königreichs Dalmatiens. Wir beschützen... Vielen Dank. Ähm... Das ist aber nur die Republik. Ähm, die andere Reichsfürsten, aber nicht die Kaiserseite. Die Republik der Dalmatien. Wir finden es sehr eigenartig, dass wir Bundeslanden bei uns haben. Mit einem Löwen auf der Flagge? Gibt es überhaupt Interessenten, die Bayern unterstützen möchten? Wir haben euch einen Kredit angeboten, das ihr abgelehnt habt. Savoyanischer Mähe könnt euch... Savoyanisch nicht sehr fehlen, und der Zins ist also 6%. Ist kein Huger-Zins? Wie wäre es, wenn ihr Passau belagt? Jetzt ist die österreichische Feuerwehr in München angekommen. Mal sehen, ob die mehr Erfolg haben. Ich glaube, die hat Probleme, wenn die Armee noch aufteilt. Wir haben ja nur die Feuerwehr getestet, wir haben sie nicht mitgebracht. Wäre auch nachteilhaft. Heiliger Vater, sind sie zu geben? Ja. Wir müssen leider verkünden, dass ein Heresie bei uns ausgebrochen ist, aber wir versuchen, sie zu bekämpfen. Ihr habt doch gar nicht so viele Provinzen, wir können so viele Heretiker haben. Das fragen wir uns auch. Aber wir haben sie. Naja, ihr seid zumindest willens, sie zu bekämpfen, und das ist ja das Wichtigste. Das waren bestimmt irgendwelche Familien, die aus Münster gekommen sind, als wir ein Kreuz zu gegen Osmanen geführt haben, die dort ansässig waren. Doch ja, Münster ist auch schon vom wahren Glauben abgefallen. Und Dortmund ist wohl die nächste Stadt. Warum sitzt in Münster eigentlich nicht mal ein Bischof? Wo ist ja jetzt eine Republik ausgerufen? Wirklich? Kein Wunder, das ist kein Wunder, dass er Gott verrät. Böse Zungen könnten meinen, dass da die Lübeck haben mit dem Spiel was. Nein. Wir sind absolut kein anderer. Niemand hat so wie uns den Habstaat mit Geld im Kreuz unterstützt. Das schließt sich ja nicht aus, also... Gibt es nicht noch einen Unterschied zwischen unterstützen und rauskaufen? Also wir haben mehr als genügend Geld geschickt, als wir schicken müssen, um uns rauszukaufen. Na, das ist ein Argument, das man nicht widerlegen kann. Na, die Bayern... Sie haben uns abgefangen. Ihr schuldet uns was. Oh Gott, das war spannend jetzt. Ähm, Bayern. Aber Lübeck hilft jetzt. Aber Lübeck hilft jetzt. Der Bayern ist ein wenig zu langsam. Ja, die Bayern sind gerade panisch im Kreis gerannt und glücklicherweise konnten sie die österreichische Armee so verwirren, dass die sie tatsächlich nicht gefangen haben. Sieht mir doch nicht so gesund aus. Es gibt jetzt oft mehr Verluste, glauben wir. Aber wir haben verloren. Das Wort glaube ich dabei, macht es nicht besser. Wie wäre es, wenn ihr euch bemüht, Frieden zu schließen? Auf jeden Fall kann... Oh nein. Oh, meins ist jetzt auch... Das krieg ich gut. Ja. Ah, schon, eure Freundin Augsburg ist auch dabei getreten. Freut euch das? Aber uns schockiert auch, dass Ungarn abgelehnt hat. Werder Bayer, schließt jetzt einen Frieden oder wir müssen einen separat Frieden schließen. Ja, wir schauen, was hier so möglich ist. Wir können dafür vielleicht auch mal pausieren, die Zeitrechnung. Ja, wenn wir ihnen ein Angebot vorschlagen wollen, würden sie das nicht akzeptieren, was wir ihnen momentan anbieten können. Welches Angebot würden sie denn wollen? Das fragen wir sie, aber sie wollen anscheinend alles. Alles. Bezweifeln, dass sie alles wollen. Das wäre ein bisschen viel. Oh. Park wahrscheinlich. Was? Was war jetzt? Sie wollten doch nur... Ich sag dir doch, wir haben nur simuliert. Es hat sich herausgestellt, dass Österreich ein Flüchtiger ist. Und wir haben ihnen 22 Sieges-Dukaten gegeben. Österreich hat für 22 Dukaten Frieden gemacht. Oh Mann. Das ist schon eine Frechheit. Also Lübeck erwartet sofort, diese 22 Dukaten zu erhalten. Wir sind dermaßen in Schulden, dass wir das im Moment leider nicht bezahlen können. Wo sind die Söldner? Weg mit euch. Ah. Ja, Lübeck. Ich hoffe, dass es sich für euch belohnt. Das war aber überraschend. Es sind sehr viele nordische Männer da, Füchstuhr. Die Österreicher hatten einfach auch die Nase voll. Aber wir werden uns daran erinnern, Lübeck. Vielen Dank. Das war wirklich seltsam. Also die Armee-Reserve hatten sie eigentlich noch. Das war wohl eine Intervention von göttlicher Seite. Oh, der Papstkrieg mit Nerpel. Das ist richtig. Belohnt man so die Kreuzzüge? Alten Rivalen, naja, sie haben den Kreuzzug ja verloren. Oder auf jeden Fall nicht gewonnen. Ich weiß nicht, was das für ein Signal sendet, wenn man dann für einen verlorenen Kreuzzug noch abgeschlachtet wird. Ja, dann war Gott wohl nicht auf deren Seite, denn ein Heer von gottesfürchtigen Katholiken kann nicht gewinnen. Also, ich prophezeihe, dass die nächsten Kreuzzüge eher spärlich besucht sein werden. Diese Einstellung lässt den Glauben Klebe wohl eher erklären. Also, für mich ist das dogmatisch eindeutig. Ja, inzwischen hat's ja sogar Dortmund erwischt und jetzt ist Köln dran. Was? Köln? Das haben wir deswegen gegen die Veniten, dann könntest du halt Dupel einmal verloren. Die Heresie verbreitet sich gerade in Köln. Nicht in Köln, was sagt denn der Berger Herrscher dazu? Er wollte doch sich eigentlich darum kümmern. Ja, die Diplomaten sind auch gerade vor Ort. Wir kümmern uns schon drum. Die Klebe wird annektiert und dann werden die Bauern zur Rechenschaft gezogen. Wir machen das gewaltfrei. Ich mache das gewaltvoll. Das sind aber keine Heretiker. Doch, Münster schon. Sonst kommen wir da gar nicht dran. Ach so, na klar. Wir sind halt schlau. K-L-U-K. Immer diese Partikularisten. Man könnte meinen, sie haben etwas gegen uns. Unverständlich. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ihr euch für Italien entschieden habt. Und jetzt wollen halt die französischen Landesteile ihre Freiheit. Aber wir haben ihnen so viel Gutes gebracht. Die Pizza. Die Pasta. Alles, was gut ist. Noch mehr Pizza. War die Pizza schon einmal? Die Tortellini haben wir ihnen auch gebracht. Puh, das ist ja wirklich eine Hochburg der Kultur. Boah, da. Es sind ein Vielvölkerstaat. Es hat so viele Errungenschaften. Das ist ja beeindruckend. Das hat die Geschichte immer funktioniert. Ähm, Sachsen? Möchtet ihr die Beziehungen, also möchtet ihr ein paar Diplomaten zu uns? Also, wir haben schon einen Diplomaten bei euch. Vielleicht fällt euch nicht auf. Vielleicht sollt ihr lauter reden. Oh nein, alles gut. Ihr seid, ihr seid Vorbild. Hättet ihr doch bloß auch noch... Ach ja. Eure Verträge geehrt. Ja. Na gut, wenn der Papst und der Kaiser euch angreifen, auf wessen Seite sollt ihr Recht schaffen? Das war euer Vertrag. Sich gegen den Papst zu stellen, war schon eine offene Erklärung gegen uns. Ich möchte mal sagen, dass der Kaiser wollte Prag befreien und die Provinz damit wieder den Hussiden zurückgeben. Ich denke, unsere Seite war doch etwas... Ihr könnt doch nicht einfach den Papst auf die falsche Seite stellen. Nein, es ist doch nicht möglich. Ja, hat er den Grund für das? Naja, vielleicht hat uns da Österreich auch tatsächlich... Naja, wie auch immer... Also, falsche Tatsachen vorgespringen. Eign uns aber darauf, dass die Schuld in Österreich und bei Bayern liegt und Sachsen damit nichts zu tun hat. Das wird kein Leben. Wer würde denn derzeit Kaiser werden? Bayern oder die Pfalz? Der, der mehr Prestige... Also, Sachsen wird ja noch fleißig für Bayern, aber das könnte natürlich auch anders aussehen, je nachdem. Wir könnten noch die Beziehungen mit Trends verbessern, vielleicht... Das Bayern, ihr könnt natürlich, wir könnten euch ein bisschen helfen mit euren Schulden dafür, weil Sachsen uns... Ja, das ist auch okay. Also, wenn wir ein bisschen Geld kriegen, ist das okay. Ähm, wie viel würdet ihr denn spenden? Ja, das kommt darauf an, wer alles das Geld bekommen will. Österreich ist ein wenig angriffslustig in letzter Zeit. Ja, Team Österreich ergreift die Schweiz an. Ich habe das Gefühl, der Kaiser ist nicht so nethargisch die Letzte. Wenn jetzt... ...Köln protestantisch wird, was wird dann aus dem Dom? Das wollen wir uns gar nicht vorstellen. Er ist doch noch im Bau. Ja, wird er dann überhaupt fertig? Ich denke, wir möchten aber versuchen, die Kaiserwürde hier, ähm, ganz am Ende. Ich meine, jetzt haben wir schon so gut mit Österreich simuliert, sie wollten uns vorbereiten. Also, ich denke, sie haben schon vorgesehen, dass wir möglicherweise der nächste Kaiser werden. Oder sie selbst wieder, wer weiß. Jetzt ist Geld dann dran. Aber, wenn ihr Kaiser wärt, haben wir uns doch in diesem bestimmten Titel eines Kurfürstens unter dem gemacht. Ja, das wäre korrekt. Aber dann wurde an Österreich gewählt, glaube ich, dass das relativ uninteressant ist, was ihr gemacht habt. Oh ja, Trend will uns überhaupt nicht mehr. Der Rest der Kurfürst ist halt auch nicht, bis auf mich. Doch, meins. Meins. Also, ich würde mich wählen. Schön. Das ist, das glaube ich euch gerne. So, Konzert Dumpel ist erneut bekehrt worden. Zu welchem Glauben diesmal? Ähm, zum katholischen Glauben. Wenn wir mal ein bisschen auf-ab-mixen können, vielleicht diesmal, keine Ahnung, Koptisch? Nee, wir haben ja schon Protestantendauer unten in Morea das Reis. Ah, die sind auch schon bekehrt. Die hier so fleißig sind hier. Ich glaube nicht. Ja, es läuft definitiv ein bisschen schneller als da oben Kleve. Also, wir sind, Sachsen sind ja sehr effizient am Ketze ausrotten. Wir haben schon zwei ketscherische Provinzen von den Bögen bekehrt und sind gerade auf dem Weg nach Münster. Bayern bekehrt auch in Neuhaus, möchte ich nur kurz anmerken, aber super Sachsen. In der Zeit, wo ihr eine Provinz bekehrt, haben wir zwei Provinzen bekehrt. Wahrscheinlich drei. Aus einer Brück ist jetzt... Der Herrscher ist zwar noch protestantisch, aber die Provinz wurde wieder zu katholisch bekehrt. Scheinbar können eure Priester... Scheinbar können eure Priester schneller lesen. Das wird's sein. Die einzige Erklärungsmöglichkeit. Österreich versucht sich jetzt an der Schweiz. Und Savoyen macht direkt mit. Aber die Aggression geht schon von Österreich aus, oder? Ja. So ist es. Voll ist halt geil. Die Brandschutzübungen in Bern sind ein voller Erfolg. Die Schweizer Feuerwehr ist um einiges kompetenter als... Kleve wurde jetzt annektiert. Jetzt werden wir mal hier schauen. Werden die Bauern jetzt hingerichtet? Was passiert jetzt in Kleve? Wer ist schmach? Der Herzog von Berg scheint abkömmlich zu sein. Ja, der hat hier zu tun gerade. Ist gerade beschäftigt. Die Kinder ärgern den gerade. Da kann er sich um so klein kramen wie Religion nicht. Moment mal. War denn... War nicht der Herzog von Berg ursprünglich der Bischof von Köln? Warum hat der Kinder? Frage ich mich jetzt gerade. Wollen wir mal auf die Provinz in Köln nicht forestern? Das ist der Weg Gottes. Was sagt der Papst dazu? Der Weg des Lebens. Der Papst ist so schockiert, er ist gestorben. Wobei ich allerdings sagen muss, als ich als Herzog von Berg das ganze Geschacher gerade mitbekommen hat von den Kurfürsten-Katholiken, die um den Kaiserkrone rumschachern, vielleicht sind da neue Ideen gar nicht so schlecht. Ja, aber gerade sieht es auch wieder sehr stark nach Österreich aus. Jetzt wo eine Apel kontrolliert der Kurie ist, wird jetzt ein weißer Frieden geschlossen? Ja, Apel war auch schon vorher kontrolliert der Kurie. Ach so. Wir wollen... Völlig skrupellos der Papst. Jetzt verstehe ich auch den Grund für den Krieg. Ja, wir wollen einen echten Römer wieder auf dem Stuhle Petri. Ja, ich glaube der Papst mag die Apel so gerne, dass er auch die Apel im Papstatt haben will. Und dann kontrolliert die Apel die Kurie und die Kurie in die Apel. Hm, logisch. Das hört sich logisch an. Na gut, die Frage können wir ja nochmal durchdenken. Bis zur nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.